Gottfried Hecht hatte ja auch gestern eine Kollision mit dem deutschen Robokovic. Alles wieder hergerichtet. Gottfried Hecht hat Guttelmeier hinter dem Platz Hosen-Divor. Aufgang 2. Bereits gestern. Ein Wert für einen Platz hier. Der Guttelmeier-Bert. Gestern den ersten Quali-Lauf konnte er in seiner Gruppe gewinnen. Jetzt hat er einen Vorsicht aus Frankreich. Mit seinen Doppelmotoren ist der Fußschuss unterwegs. Aber Guttelmeier lauert noch auf eine Chance. Wenn das Rennen so ausgeht, ist Guttelmeier mit dem Ohr 5. Der Gettetaler kommt hier nicht in die Puschen. Der Martin Bürst fährt aber sein Rettel zu Ende. Nimmt damit sieben Punkte. Den Schauf. Und vorne an der Spitze. Die letzte Runde läuft. Die letzte Runde. Entweder macht Guttelmeier jetzt noch einen Angriff. Aber muss er nicht. Denn er nimmt noch einen Punkt besser als der Franzose. Und Guttelmeier versucht das alles noch einmal anzusetzen. Spektakulärer Triff. Und der Franzose-Divor. Weg. Rieselt sich hier mit einem Punkt. Gratulation Richtung Frankreich. Und Michael Guttelmeier darf mit seinem zweiten Platz dennoch zufrieden sein. Und dann hat jetzt insgesamt drei... Der Franzose-Divor ist auch schon sein Auto. Aber immer wieder neu aufgebaut. Und Deutschland fährt vorne. Und Anfeuerung. An uns an Michael Guttelmeier. Das wäre für ihn eine gute Miete für die Finalläufe, die heute noch stattfinden werden. Denn da könnte er sich vorne in die gesetzte Kategorie reingeben. Und das speist einer der Josef Jonas an. Die kriege die Leitland-Divir in den ersten Proben in den Bereich der Wohnhäuser. Der Lente. Also, Dennis Gerkens engagiert sich derweil hinter dem Scheibelberger, dem Österreicher, auf der Position 4 ein. Scheibelberger konnte einen Platz gut machen. Und Martin, der Schweizer. Eine weitere Platte nach oben. Und nochmal geht's in Farsi. Oh, wie eine Rakete schießt er dann oben aus der Kurve heraus. Aber da ist wieder Scheibelberger. Und der, und der Mama, der ist reicher. Der 24-Jährige, naja, oder 23 Jahre müssen wir sein, der fährt natürlich richtig gut. Mit diesem Lauf, das kann sich sehen lassen. Und aus Lettland wieder ein Dreher. Jetzt kommt der Anstoß zur letzten Runde. Zack! Zack! Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt das Finish, der Zieleinlauf und das ist es, die Grausbeute, Gratulation an Michael Pusselmeier, der souverän gesiegt hat, Startzielsieg des Deutschen, das hat er traumhaft hinbekommen, hat den Vize-Europameister sicher im Griff gehabt in diesem Lauf, denn Hanak wurde Zweiter. Das also zu dem Erfolg von Pusselmeier und dem Istreicher Scheifelsberg auf Frank 3. Und da kommt Michael Pusselmeier, der Applaus ist ihm sicher. Und er winkt, er sagt Danke, Danke.